Fertig! So, ein Pfarrer kriegt er noch, oder was? Der kriegt einen! Das ist gut gegangen jetzt, oder? Wenn ich es am Anfang habe, muss er gegangen werden. Das hat mir jetzt fast leider lang. Ist doch neuer, ist doch der jetzt passiert zum Stösser! Jetzt hat er mal mehr Welt zum Wegfliegen gekommen. Schön! So muss das laufen! Ein Kraut habe ich da! Sehr gut! Und ein Schwanzerl! Das habe ich schon! Wann ist noch irgendwas in der Nähe? Eine Buschen oder so? Fädern! Ist unten noch was? Haben wir alles! Fünften die da unten, die schlafen alle da unten aufwecken da. Was ist da? Das ist schon wieder drauf unterwegs! Auch in der Gruppenkuscheln! Ja! Queste erfüllt! Questeschaft! Da haben wir wieder gut gekriegt, ne? Bloß! Dings! Schuppen! Fünfe! Jetzt nehme ich alles mit! Alles neu! Aber das kannst du ein Glas wirklich verkaufen! Was haben wir da für den Knochen oder was? Hochwertiger Knochen! Hochwertiger Knochen, ja! Alles neu! Und ein Dings! Im Upgrade-Sockel! Gegen-Gigs-Juwel! Ja, das ist ja... Buki-Buki! Gut, ne? 20.000 verdient! Super! Untersuchungsfortschritt ist so schön angestiegen! Ja! Der ist was bei der Hälfte bei mir! Ja, bei mir ist er bei der Hälfte! Fast, ja! Ja! Verlicken ist schön angestiegen und... Ja, krass, hab ich auch wieder um eine Stufe, man hört's! Okay, Partner! Wir müssen mehr Sprengungen von Geheimnisvollen Monster finden! Wir sollten alle Regionen abklappern! Du kannst dich auf eine Expedition oder eine optionale Quest begeben! Triff deine Wahl! Ich hab die Wahl der Qual... äh, Qual... Wahl! Halt! Kann du schon was abgeben? Schau's gut aus! Ah, wir sind bei den Geheimnisvollen Monster vorangekommen! Ich muss zu... äh, mein Quest geht weiter! Wo ist ja ne? Wird das mit dem Rad los... Ach so? Du hast ja gesagt, wir sind mit der Forschung vorangekommen! Ich muss zu dem Monster Havara gehen! Okay! Warte, ich mach das gleich mal! Ja, ja! Ich muss meinen Beute-Zug machen, weil dann momentan... Ja, müssen wir weitermachen! Ja, ich bin jetzt... Dann bin ich genau bei der Hälfte wahrscheinlich! Ja! Beute-Züge... Tal der Verwesen... Ja, ich will kein Reis-Zahn-Wivern-Fang und ich will kein Kampf-Wivern... Ich weiß nicht! Ich lasse das mal! Vielleicht kommt was besseres! Ich schau mal da auf! Ich rede mit dem Chef... Chef-Ökologen... Da bist du ja! Ich habe auf dich gewartet! Wie ich sehe, machst du gute Fortschritte mit deinen Feld-Feld-Studien! Wir kommen dem mysteriösen Monster immer mehr auf die Schliche! Ach übrigens, ich hatte gehofft, dich um einen Gefallen bitten zu dürfen! Natürlich! Vor nicht allzu langer Zeit wurde ein mächtiger Anjanath... Hey! Du möchtest gesehen! Ich möchte das... Du möchtest sterben! Natürlich! Schließlich sind Anjanath die Grundlage für unsere Forschung! Ohne einen von ihnen wäre es keine richtige Studie! Ich hatte dem Koch gesagt, dass ich dich fragen wollte und er war sofort Feuer und Flamme! Er meinte, er würde die Kantine vergrößern! Zumindest bis die Anjanath-Forschung abgeschlossen ist! Der Koch und ich sind uns in einem einig! Zum Erreichen seiner Zähle muss man immer gute Fortschritte machen! Wobei der gute Koch es wahrscheinlich blumiger ausdrücken würde! Wie dem auch sei, wir zählen jetzt auf dich! Und was gibt es? Ja, was gibt es? Du weißt! Du weißt! Alter Schwede! Nimm rosige Ansichten auch! Schön, schön, schön! Sondere Untersuchungen, achso! Du hast es noch nicht, gell? Nein, du bist mit Klavier anzufuhr! Ja, dann müssen wir halt schauen, dass wir für dich noch ein Ding finden! Aufgabe! So eine Rathianschuppe! Ist halt nur die Frage! Ja, ich brauche nur mitmachen bei dir! Und das ist eigentlich eh pusten, oder? Ja eh, weil normal findest du es eh unterwegs auch! Nimm rosige Aussichten! So, Moment! Ja, dann... Ich weiß auch nicht, ob das dann geht, ne? Ja, schauen wir mal! Ich probier's einmal! Ich probier's einmal! Äh... Aufgaben... Rosige Aussicht mal! Das ist ja Ding! Eine Haupt... Aufgabe! Ich probier's halt einmal! Südwestliches Lager! Ja! Eins von vier! Ausgeschrieben hab ich's! Hm... Ist unter Aufgaben! Ich weiß nicht, ob's geht! Na, kann ich nicht! Ja, okay, dann machen wir's... Schauen wir mal, dass wir für dich... Du hast in der Geschichte noch nicht weit genug... Äh... ... vorgeschritten, ja... Dann machen wir was anderes! Einfach nur, damit wir für dich das finden! Dann können wir's zusammen machen! Ja! Warte, ich schau nur Objekte verwalten! Na, da passt's eigentlich noch! Machen wir einen Buckei oder was? Weiß ich nicht! Ich weiß nicht, was wir noch... Ich meine, wir können auch das Kleine noch einmal machen! Naja! Oder... Ja, ist ja wurscht! Irgendwas Kleines! Wahrscheinlich! Oder nur ein Großjagrass oder so? Habe ich so was? Warte mal! Ich habe ja noch eine zweite... Mal untersuchen! Äh... Wollen wir's bekannt machen! Ich hab auch nicht... ... das auf Stufe ist... Ein Jahr, ich Buckei, Buckei hätte ich sonst... Ja! Also für 15 Minuten, aber eigentlich sollte man das schon! Dann ist ja nochmal... Ich meine... Ja! Ist ja gut gegangen, ne? Ja! Es ist ja vorher... Es ist ja flott gegangen! Warte! Ja! Machen wir das schnell! Probieren wir's! Zwei Stück reduzieren! Fertig! Ähm... Der ist eh... Warte einmal! Wo war der jetzt am besten normal? Ich glaube, beim ersten ist er aufgetaucht vorher, ne? Mhm! Ja, scheiß drauf! Ja, oben links, normal ist er daheim, ne? Ja! Er ist vorher beim ersten gewesen, aber dort nicht! Was er beim Jagras tut, ne? Ja! Ist ja wurscht! Schau mal! Was war das jetzt? Untersuchung oder was? Es ist ja blödsinn, wenn ich das mach! Nein, vergiss das! Äh... Quest verlassen! Wenn dann was längeres, weil du musst ja die Gegend abforschen! Ja, aber ich hab kein Klinges gesucht, ne? Find's ja nix, wenn wir jetzt da huden und wir finden vielleicht dann nix an, ne? Dann mach ich lieber, schau ich lieber, warte einmal... 30 Minuten, 30 Minuten... Töte... Wunderschön wieder... Das sind ja die komischen Fliegen, da... Oh, das könnten wir machen, die Vespoide einfach töten! 20 Stück! Ja... Weil da haben wir 50 Minuten Zeit... Und da können wir alles absuchen und abforschen! Ich denk, das ist am besten! Mhm... Kriegen wir auch 5000... Weil sonst... Passt! So... Ne, geht jetzt! Okay... Ja, aber wenn wir jetzt auf 15 Minuten Toren, dann... weißt du nicht, ob du was findst oder ne? Nein! Gleich... Find' man nix und dann... hat man den Pukku, Pukku erledigt und das war's... Tö,löööööö... Tö,löö! Benjamin! Nein... Wir wollen dich nicht mehr sehen. Der Lernos hat dich auf halben Wege fallen gelassen. Ist aber nicht so schlimm. Wir können hier weitermachen. Also, jetzt bin ich am halben Weg fallen gelassen worden. Ah, sehr gut, sehr gut. Dann wirst du das finden, die Teile. Passt. Dann musstest du schauen. Da sind normalerweise, wenn du entlang gehst, im Weg, findest zwei, drei Sachen von ihm. Dann müsste es eigentlich passen. Schau halt mal. Was ist das da? Das find ich eben gleich. Das wär noch besser. Weil, ich such dann diese Vespoide. Vespoide, wie schaut das überhaupt aus? Das sind diese komischen Websen da, diese Mucknern, ne? Okay. Die, die mit Anschlag gleich hin sind. Traut mit niemandem. Ich weiß noch nicht mehr, wo die sind. Schön. Der Jagras rennt da. Goldblüte, aber ich krieg's, okay. Was Jagras Schleifspur. Schleifspur. Ja. Schmideruntersuchung hinzugefügt. Fange wahrscheinlich. So ein deppert, ein grosser Jagras. Das Fangen, das interessiert mich wirklich überhaupt. Ich weiß nicht, ich find das so. Ja. Warte mal, da sind deine Wespen. Wo ist denn jetzt der hinverschwunden? Hä? Der war ja grad da. Buckel, Buckel, Spuren. Ja, der Buckel, Buckel ist auch immer da. Töte, wie es bin. 0 von 20. So. Ja, da vorne steht er. Der ist tatsächlich. Jetzt dann immer da in der Gegend, wie es ausschaut. So, da steht er. Ja. Ja, wo sind die Spuren da? Ich bin da einfach nur den Weg entlang und dann sind's auf einmal der Losdinger gewesen. Da hab ich zwei oder drei Sachen gefunden. Okay. Ich glaub, ich bin da schon zweit weg von deinem Neustatzer heute war. da. Da spielt da nichts an. Pilz. Pilz. Okay. Rauschel. Rauschein Gekritzl Gekritzl hab ich auch gefunden Da sind ja neue Buckei-Spuren in der Zukunftszeit Ich war dazwischen, hab ich dann einmal diese Ding gefunden Das sind sie nicht, die Vespuride Nein, wo sind denn die jetzt? Jetzt finde ich die kleine Scheißviega da da Oder? Sind sie da sonst? Nein Da sind sie gar nicht Jawohl Und du Weg damit Gehen wir Aaaaah Was sind da Spuren Das ist nur Buckei Buckei Kacke Buckei 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 Die schlafen da wieder Wie schlimm das aussieht Wenn das durch das Explodieren Die Fische haben immer so viel Aber der Jagras ist ja gerade oben am Strand. Ja, der ist und da ist. Der ist gerade essen. Wollt ihr doch rot gehen. Wenn man den Kreis ausschießt. Sehr gut. Haben die Jagras Spuren? Ist denn da los? Los. Aber der Dicke kommt. BATZ! Alter, wie sie explodiert. Die Partikel an und fliehen. 9 von 20. Ich bin ja unterwegs da. Was denn? Ich will es finden, nur das nicht, was ich brauche. Das ist immer so, wenn man dann was sucht. Rekler Fischen haben wir da. Haben wir auch auseinander. Brückenpanzer. Na, da ist er. Was machen wir mit ihm? Monsterbrühe. Das brauche ich ja für irgendwas. Monsterbrühe? Ja. Das nächste ist das. Ich finde mal deine komischen Fliegen an. Da, was du brauchst. Oder die Wespen dort. Ja. Die sind da bei mir. Monsterbrühe. Für irgendwas haben wir das brauche. Für Waffen glaube ich oder so. Okay. Wo laufen die jetzt alle hin? Ne? Was ist denn mit den Viecher? Die laufen alle davon. Kommt da irgendwas? Was? Die haben Angst vor dir? Ich weiß nicht. Die laufen von irgendwas weg. Innenflügel. Die laufen mal mit. Den musst du ja abschießen, weil sonst sind sie einfach hin, Alter. Wenn du das abschießt mit den Kugeln, dann kannst du das ausnehmen. Monsterbrühe, ja? Ich kann mich nicht bewegen. Aha. Jetzt haut er mir nieder daher. Jetzt selber haut mich damit ich mich bewegen, wie der kann. Das ist ja eh ferner. Ja, jetzt hör ich auf. Ja. Weil einen brauche ich noch mehr. Ja. Ja, ich hab nicht gespuntern von Spuren. Dann such noch ein bissl herum, ne? Ich hab einen Buckei gefunden grad. Ja. Ich hab schon wieder so Gildenkarten gekauft. Das ist geil. Ja. Irgendwo müssen wir schauen, dass wir noch so eine Radbärenspur finden. Oder muss ich eine Quest starten? Ich weiß ja nicht. Naaah. Ne, sonst hätt ich den Zalt nicht. Weil... Was ist da? Was blinkt da? Bist du das? Ich weiß nicht. Der Fitsch hat mir... Ich hab da jetzt ganz gehört. Bing, bing, bing. Fitsch. Da ist Honig. Den brauche ich auch noch. Hm? Irgendwann. Irgendwann haben wir einen komischen Pult zurückgefunden. Einen guten. Das ist schön. Schau, schon wieder. Bling, bing, bing. Was ist das? Ja, das ist, weil du dort bist, wo die Viecher sind. Diese Wesboide. Ach so. Deswegen machst du das? Ja. Okay. Hier geht die Fährte des Mysteriösen... Ah, jetzt hab ich mir was gefragt. Wir machen das gut. Vom Rattejösen, oder was? Ja, ja. Da ist halt oben. Gibt's bei euch auch irgendwas? Hauptsiedel... Hä? Ach so. Ja. Ja, wenn du die Wesboide umbringst, dann ist es vorbei, ne? Ja. Du musst halt den Honig mitnehmen schneiden. Ja, durch den Dschungel. Krieg ich bei dir eh irgendwas Besonderes jetzt? Käst du da? Ja, da kriegst du ja was Neues. Ja, bei dir war da jetzt auch Spur. Was ist denn da? Mal schauen da. Kriegst du ja Neues an. Ausi! Ich schenke lasse ich schneiden. Was ist die fleißig? Ja. Schlitzbeere. Das passt. Ja. Den hab ich nicht mehr erwischt. Ja. 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 Alles nehmen. Oh nein. Was ist bei den Innenfrügel? Monsterbrühe. Für irgendwas hab ich das brauche. Jawohl, jetzt hab ich da am Wolken gelegt. Ich war dazu gekriegt, obwohl ich nichts getan hab. Ja. Wir sind bei dem geheimnisvollen Monster gut vorangekommen. Ja. Willst du den ökologischen Forschungsgruppen? Willst du den ökologischen Forschungsgruppen erinnern? Was? Wo muss sie jetzt hin? Ja. 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 Einfach die Lieferung. Habe ich da was? Ja. Ja, hab ich nichts offen. So. Da hinten ist auch Gwistauerei. Nein. Der Kommandant da. Beschäftigt mit der Jagd? Okay, okay, okay. Hm. So. Guck mal weiter, das haben wir schon. Da. Rundslos offen. Jetzt müssen wir schauen, questmäßig. Ja. Nimm rosige Aussichten. Genau, genau, genau. Das ist es. Ah, warte. Ich schau nur schnell zu Schmied, jetzt bin ich rein, wenn ich das ein Monster brühe. Ja. Für irgendwas hab ich das gebraucht, oder? Oder für meinen Palikko, ich weiss nicht. Puh! 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 Super, da! Direkt auf mich zu! Ich muss jetzt geschrien, pass auf! Ja, eurer ist ja deppert! Wo bist du denn da? Ja, ich geh ums Essen! Ja, Alter, da bin ich gar nicht hingekommen, auf mich geht die Ananas schon! Eieiei, okay, warte mal, ich mag hier mal schauen! Wieso ist das bei mir immer so? Ich weiß auch nicht! Ich komm schon mal! Ich bin ja da mal zum Essen gekommen, das ist ja das Gemeine! Wir sind wie, also die Öden sind wie da! Du bist in der Öde, ja, egal! Das ist ja nicht der Wort, ne! Ah, da kann man fischen! Ja, eurer! Ja, sicher! Sind wir schon wieder an dem Punkt, wir zwei! Mhm! Hahaha! Ah, da unten geht's schon rund! Und jetzt kann ich mich nicht bewegen und ich bin fast hin! Ist ja da! Und ich hau schon wieder an die andere Seite! Boah! Ich hätt ja auch gern was gegessen! Ne! Damit mein Ding alles höher wär, Alter! Das ist ja das... ...Gasse jetzt, ne! Ich hab' mir geschaut, schon wieder Fahrle aufgeschaut! Komm, weiter! Komm, weiter! Ja, passt! Schöne Fahrle, schönes Ding! Ich hab' mir gedacht, was ist das denn? Ja! Ich hab' mir gedacht, was ist das denn? Ja! Ich hab' mir gedacht, was ist das denn? Ich hab' mir gedacht, was ist das denn? Ja, okay, no! Ich hab' mir gedacht, was ist das denn? Ja, ich hab' mir gedacht, was ist das denn das denn? hoppla ja jetzt gibt es eine ja passt schön ja ist hier, lass mich los, lass mich los, er frisst mich ja, ich muss mal Spuren lesen oder ich muss weg, weil die kleinen, die sind, die sind der Horror also die sind die da die gehen dich vor an, die gehen dich vor an, weißt du du bist das Gift die haben mich einmal umgebracht, weil ich ihn nicht geschnallt hab schon, das ist ein roter Förderding ich muss nicht ins Dorf rein, was essen nein, ist eine Ration ich muss sagen was sag ich da ein kohltes Fleisch ja, das ist sehr gut ja, aber jetzt bringt mir die Austausch Geldspieß, ich hab ja gar nichts im Krull ja, ich hab schon, aber aber ich müsste mal probieren, wenn ich ihn vom Fisch fang dass ich den noch im Krull kann so die anderen aus oder, da geht ein anderer spazieren schon mhm ah, die linke Seite sind die anderen ja, schön dann geht schon los fighten schon wir schauen wir das von oben an wir schauen mal, wer da jetzt der stärker ist weiss auch, der Schwanzerl tut's euch weh, das ist wichtig tut's euch weh, das ist wichtig ich tue nichts, Schatz ich seh nur die, die schmusen da doch nicht ich tue nicht gar nichts ich tue nicht gar nichts der schnüffelt schon vielleicht will er sich paaren Schatz, ja geht ja, was ist jetzt da? ich weiß nicht meine ich jetzt dampft er, ne? jetzt hat er was gemacht, jetzt hat er was gemacht die Lokomotive ja, ich tue nicht ich tue nicht ja, da rote dich nicht hin, schau das war's das geht hm ja, da geht aber wie geht denn das jetzt aufm Ruckenspringen weißt du das nicht so? schlage hey, über die ja, ich kenne ja, du sagst ja, du sagst da ist jetzt ja, oh da ist jetzt ja, du sagst ja, du sagst